Hallo, ich wollte nur Bescheid sagen, jetzt am Samstag, den 19.03., ja, starten meine Kräuterkurse und ist schon sehr gut gebucht und wenn ihr noch dabei sein wollt, meldet euch an, entweder über Eventbrite oder direkt bei mir am besten Tag vorher, damit ich noch diese wunderschönen, Ordner für euch zurecht machen kann. Das sind ganz viele schöne Pflanzenbeschreibungen mit drin und Rezepte und ja, das wird sehr viel Spaß machen. Ja, ich freue mich auf euch, dann bis zum Samstag. Es folgen ja insgesamt 50 Termine. Schaut einfach mal auf meiner Homepage rein, die ist unten in den Shownotes verlinkt und genau, hier oben verlinke ich euch gleich noch einen Rückblick von den Kräuterwanderung und Kurse aus dem letzten Jahr. Tschüss! Kräuterwanderung 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 Kräuterwanderung